moin leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinen kanal danke dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und ja heute geht es weiter mit der 5m reihe und zwar heute geht es um autoscooter ja heute gibt es auf jeden fall die map dazu und natürlich damit wir die autos auch spawnen benutzen können ja wie funktioniert das dann ja wir gehen einfach hier auf die rennstrecke dann suchen wir uns ein fachzeug aus setzen uns rein und drücken dann e ja ich habe noch eins wir müssen jetzt noch kurz warten bis das abgelaufen ist ob das war hier jetzt gut dann suchen wir uns eins aus setzen uns rein drücken e dann können wir hier die minuten wählen wie lange wir das haben wollen und dann können wir uns das ganze dann auch mieten quasi so Und nach dieser Minute ist das dann auch gleich weg, sollte auch nicht mehr lange dauern. Ja und danach spawnt das halt wieder halt so an der Stelle wo wir es dann quasi gemietet haben, genau das soll es schon gewesen sein, ich würde sagen wir kommen zur Installation, beide Links findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. So, wenn wir uns das Ganze herunter gelernt haben, dann haben wir diese zwei ZIP Dateien, die müssen wir entpacken und dann haben wir diese zwei Ordner hier und da gehen wir wie folgt vor, wir gehen einmal in den Resource Ordner und ziehen diese zwei Ordner einfach in den Resource Ordner. Anschließend gehen wir zurück und öffnen die Server CFG. In der Server CFG scrollen wir dann runter und fügen das Ganze beliebig irgendwo ein, wo wir es halt hin haben wollen und dann einfach diese zwei Ordnernamen kopieren mit Start und dann Leerzeichen und dann den Ordnernamen einfügen und mit der zweiten machen wir das so genauso. Ja, anschließend gehen wir hier auf Speichern und übernehmen das Ganze. Jetzt starten wir dann noch den Server neu und ihr habt beides installiert und könnt auch sofort starten. Genau. Jetzt gucken wir uns noch diese eine Datei an. Denn wir haben hier noch eine Config. So. Hier können wir erstmal einstellen. Ja, Max Jobs Pipapo, das habe ich jetzt noch nicht umgestellt. Wir können das Ganze, ähm, wenn wir jetzt ein anderes Fahrzeug haben wollen, dann können wir das Ganze hier ändern. Wenn wir den Preis ändern wollen, dann können wir das Ganze hier machen. Und wenn wir noch mehr Fahrzeuge hinzufügen wollen, das können wir dann hier mit machen. Ne? Ja, mehr ist das eigentlich nicht. Was wir ändern müssen, wir müssen natürlich noch, äh, das Ganze übersetzen. Dazu gehen wir in die Client. Und gucken, halt hier, zum Beispiel können wir das Ganze auf Deutsch übersetzen. Und so weiter und so fort. Ja, hier. Ja, ist jetzt nicht so schwierig. Ich denke, ihr bekommt das hin. Gut, Leute. Das soll es auch schon wieder gewesen sein. Falls euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen rum, da kommentieren, abonnieren, nicht vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut herein und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.